so dass ein paar Wälder Prozent ein und war ich jetzt bis sie in den Solarpadels geht hat er gesagt er ist in der Nummer nicht tollen Schaltkreise Böcke tritt genau da war die zu aus um der Kreis 3 2 Kürz er hat ihm gesagt gelobten ja aber er kommt nun der 8 Prozent und waren zurück anstatt würde Brotsel etwas ja für den Mesa Ritter immer noch mit Ritter Kuhl ich kann fachst noch weiter ich komme mit Kraft mehr zu rechnen über die Sto Du bist ja auch im Dortmund-Follower-Nut. Ah, was macht Dominik jetzt da bei dir? Hä? Dominik ist gerade durch die Tür gekommen, ich hab's gehört. Ja, ach was. Ich lag ihn am besten, Mann. Ganz, ganz unauffällig nur. Oh, das war's. Ähm. Geht mal an. So, ich hab hier jetzt einen X-Traitor. X-Traitor? Ja, wofür sind der noch gut? Nein, doch, der war halt ein X-Traitor. Alter, wofür ist der gut, Mann. Dafür brauchst du erstmal ne Sägemülle, damit du überhaupt Kautschuk bekommst, oder... Ich meine, das wär's ganz gar nichts. ...so ne Farm. Weil ansonsten, ich werd's ja noch so extrem spät, aber... Hör mal auf, du länger, Alter. Okay, jetzt diese Redstone hab' ich. Ähm. Ja, dann wollen wir den Kram, ne? Das hier, das hier. Ja, okay, okay. Ja, wo's ist, die Siege Müll, die Siege mit der Zeuge zu glauben, für das ihr habt. Wir direkten sind nochmal. Ach Gott, drauf an. Ach genau. Ja, wo da ist, der weitere, hatte ich gar nicht so viel hier. So, jetzt wirst du der Maze. Läuft bei dir. Was ist denn hier? Achso, Maschinenblock. O.P. Da fehlt mir... Oh, lol. Da fehlt mir wieder... Da fehlt mir ein Eisenbaran. Du, du Hure. Warum ist ein... Alter, warum ist ein... Warum... Warum ist ein... 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 Wenn ich nicht mehr jumpen. Ich hab keine Ahnung. Jawohl, warte mal. Oh. Lole. Mein Dach bewegt sich, ein Hammerhaar, ein lustiger Creeper. Oh ja. Oh ja. Kann nicht gleich. Ja, Jungs, warte mal, warte mal, wer der Mesa Raid hat. Okay. Haben wir auch mit Nabouis. Fick dich. Kannst du schön gefickt einen selber bauen. Achso, ohne jemanden? Ja, ist ja mein Problem. Weil man muss gerade immer selber alles braten. Uuuuh. Das ist über der Kohleverschwendung ne Scheiße. Was? Ja, hab ich das hier, mach Allah. Ich hab nen Generator. Hab ich auch schon lange. Ja, trotzdem muss man dafür Kohle... ...rechen, Mel. Ja, trotzdem mal unabhängig, aber ne Badbox, die hat 40.000 und was... ...eine Badbox. Okay, meine Badbox ist alle... ... 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 Okay, gibt ein, Ultra Voltage. mein Name auch noch Kohle gar nicht Ultra nicht nur Hybrid und Lappen Hybrid-Soda-Penal Baby, I don't know an Solar-Penal wieder in Dill gemacht euch und Platten ein Witz oder Echt und schon er ist doch jetzt ein los brenn schneller Echt und Kompressor ich brauche ein ein wie gesagt, ich brauche es mehr da cool, das ist Och ne und das Oh, wie macht man da nochmal Bronze? Ich weiß es Ich hoffe nicht gleich auch Kuppa-Kuppa-Staub Zinn Also, zumindest bei Wer ist das einer? Ah, nicht Nicht Wie viel Zinn denn? Eins und drei drumrum Eins Zinn und drei drumrum, wie jetzt? Ja, ein Zinn Ja Staub Und, äh, also oben links in der Ecke und dann da drei Ach, jetzt doch Zinn-Staub, oder was? Äh, drei Ja Von dann voran Zinn-Staub Das hat eben gesagt, Kuppa-Staub und dann Zinn-Staub Zinn-Staub Ich muss sich verarschen Ja, Kuppa-Staub Wollen wir da auch Wollen wir da auch Jetzt habe ich Bronze-Dust Ja, und das muss ja die GmbH naja Bopi Bülb überkommt man daraus ist Gold ja nicht wir noch wo ein Reservator Schiff an Dingen singen die Musik schon wieder was soll los und er wird dann mehr dritter müssen nein allee alter ich wollte für manisches kohle ich nehme auch meine eigene kohle wird es nicht Eidus zum rabbi mehr ohne Spaß stesseln auch nicht benutzen klar wird so ein Nein. Lüge. Ich will mal die ganze Zeit rauszeichen. So ein bisschen schneller, du Homo, Alter. Ich will endlich gleich den Road to Remaster. Fick dich. Lass mich hier einfach dein Ding jetzt benutzen. Was ist denn daran so schlimm? Ich brauch den selber, Junge. Was verstehst du daran nicht? Wow, 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 wow. Die AfK. Mach mehr. Sieg dich alle. More rage, please. Hör die Fresse. Ernsthaft? Ich kenne Bock mehr. Viel Spaß. Wollt man auch voll klar, was ich machen soll. Wir gehen. Es wird einfach nicht alles gut. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? um um über ja Ja, irgendwie ist er sehr schwul, ich will ja den immer noch an. Äh, ja. Am Arsch. So. 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 Ah. Oh, lol. Wat? Hey, oh, lol. ganze kraft das ist echt viel extremer als bei Unleashed äh äh holz körper hallo körper die 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 ich meine die 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 sollen wir mit der bis zum ersten Januar warten bis zum ersten start das sollten wir schon vorher machen Und dann machen wir ja Wollt, aber ich finde, ich könnte ein bisschen Früharschmann anfangen. Okay, Jack. Ja, Jack. Ja. Dann... Dann... Dann lass am besten mal die Tage nächste Woche mal anfangen. Also wenigstens mal Tests auch mal machen und so. Ja. Also ich kriege auf alle Fälle Ghosts, das steht fest. Ach, jetzt doch. Ja, ich kriege halt... Anstatt Ghosts kriege ich halt auf die Euro. Weil meine Mutter nicht weiß, was sie da kaufen soll und nachher... Bevor die dann was Falsches kauft, kauf ich mir jetzt selber. Ach, ja, ja, okay. Du hast eben gesagt Idiot. Nee, ich Idiot. Ach so. Alter, die jute Kühe. They will all die now. Ah, dann... Nein. Was ist da los? Einer aus meiner Klasse. In unserer WhatsApp-Gruppe. Ich bin aus Gymnasium. Weißt du wer? Weißen Namen. Er spricht direkt an. Anfangsbuchstabe von Namen. Er hat doch gerade... Halt! Nein, Junge. Junge. Ach so. Ach so. Ja, Tjagg. Leck, Leck, Tjagg, Leck. Nee, ich hab's schon. Wir konnten. Wir konnten alle nicht mehr, wo er das geschrieben hat, ey. Ah, das war so geil. Nice, nice, Sylvester. Aha. Weißt du, er will das aus Gymnasium, ne? Weißt du, er war nie, jetzt verhalten aber eine 3. Ah, das ist diese Drexzölle. tot. Wer hat mich gerade beleuchtet? Aber, COO? Ja. Bist du sicher? Ja auch, ey. Hast du schon ein PMO's WhatsApp-Bit gesehen? Ja, hab ich schon dann zu ihm geschrieben. Ja, er hat jetzt den ganzen Weg geschrieben, ob du bist. Ich hab dich geschrieben, oh da ist ja keine PMO. Dann hat er geschrieben, was da mit dir los. Ja, bei mir auch. Was ist denn mit you? Das ist eigentlich Aluminium-Rudy-Post eigentlich gar nicht. Oh leil, immer nice. Nicht im Ernst, oder? Witzlos. Einfach nur witzlos. Was denn? Mein, ähm, die Mühle. Und ich dachte schon, ah, dick Diamant-Nühle, ne? Ja. Aufhörungsfünftiges Ende. Melf? Ja? Dodo bleide ich dich gerade am Strich und Faden. Es ist mir egal, ich höre nie nicht, von daher... Ich hab keine Eier. Was ist mit Dodo? Wie geht die dick auf die Eier? Nein, das ist mir egal, ich kann sagen, ob er will. Ich hab keine Eier, mehr nicht. Ah, okay, er hat keine Eier. Ja, okay, das stimmt natürlich, bin ich ganz deiner Meinung. Pass auf, nachher schlägt die nur ins Gesicht. Ah, am Ende wieder, der könnte Teilboxen, ne? Ja, die Teilboxen. Ah, ist das schön. Am Ende kann ich nichts machen. Ich glaube, das hab ich nie gemacht. Oh, lol. Ah, so. Wie möchte denn jetzt den... Rotary? Ach ja, okay, okay, okay. Was ist ein Rotary Meserator oder was? Ja, aber ne, der Dego hat keinen Bock drauf. So, da kann man ein bisschen drauf reinschmeißen. Jetzt brennen wir so ein bisschen, oder das Ding auf? Wie ne Neues doch, oder das Alte? Muss auch mal ne Kohle fahren, alter. Wollt ihr irgendwie, ich das jetzt nicht machen, oder? Gar nicht. Wir freuen, wollen wir denn noch aufnehmen, Jungs. Was? Wir freuen, wenn wir noch aufnehmen wollen. Ich weiß nicht, wie viel haben wir denn jetzt schon? Zwei. Oh, Jungen, nee. Wir können ja auch morgen wegen mir noch einer aufnehmen. Nein, mein Mongo, ich fuß vielleicht keinen Bock mehr. Ja, wegen mir, ja. Ui.